Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren zivilprozessualen Video zur Zuständigkeit. In diesem Video beschäftigen wir uns ausführlich mit dem besonderen Gerichtsstand des Erfüllungsortes. Damit sollte man sich zumindest ein bisschen auskennen, weil er in der Handhabung nicht ganz einfach ist. Wir lesen § 29 ZPO. Die Probleme bei § 29 ZPO stellen sich in zwei Schritten. Erstens, welche Ansprüche sind erfasst? Und zweitens, wo ist der Erfüllungsort der erfassten Ansprüche? Beginnen wir mit der ersten Frage nach den erfassten Ansprüchen. § 29 ZPO gilt seinem Wortlaut nach nur für Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis. Er gilt also auf jeden Fall für vertragliche Ansprüche. Umfasst sind dabei nicht nur die primären Leistungsansprüche, wie zum Beispiel der Anspruch auf Übereignung der Kaufsache, sondern auch Sekundäransprüche, wie zum Beispiel Schadensersatz aus § 280 1 3 2 81 BGB oder vertragliche Rückabwicklungsansprüche aus § 346 1 BGB. Dingliche Ansprüche wie § 985 oder deliktische Ansprüche wie § 823 BGB fallen dagegen aus dem Anwendungsbereich heraus. Bei welchen gesetzlichen Ansprüchen könnte man aber überlegen, ob sie nicht doch unter § 29 ZPO fallen sollten? Man könnte überlegen, § 29 ZPO trotzdem anzuwenden, wenn ein nichtiger Vertrag über Bereicherungsrecht rückabgewickelt wird. Materiell rechtlich muss dann ohnehin die Saldo-Theorie beachtet werden, die die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung der Vertraglichen annähert. In der Literatur vertreten deshalb einige Autoren mit Rücksicht auf die teleologische Ähnlichkeit eine weite Auslegung des § 29 ZPO, die auch die Rückabwicklung von Verträgen über Bereicherungsrecht erfasst. Die wohl herrschende Gegenauffassung stützt sich vor allem auf den Wortlaut der Vorschrift. Eine aktuelle BGH-Entscheidung gibt es hierzu nicht. In der Klausur seid ihr schon gut dabei, wenn ihr das Problem auf dem Schirm habt. Ebenfalls problematisch sind vertragsähnliche Ansprüche wie etwa § 179 1 BGB oder vor allem § 281 BGB in Verbindung mit CIC. Für die CIC geht die herrschende Meinung davon aus, dass sie wegen ihrer Vertragsähnlichkeit ebenfalls unter 29 ZPO fällt. Dafür spricht, dass § 311 Absatz 2 BGB materiell rechtlich gerade dazu dient, ein Schuldverhältnis zu begründen, das hinsichtlich der Sekundäransprüche ähnlich wie ein Vertrag wirkt. Zu anderen Sonderfällen wie dem bereits genannten 179 1 BGB muss man für das Examen nichts auswendig lernen. Hier kann man schlicht mit der Nähe zum Vertrag argumentieren und an jeweils guten Gewissens eine Weite, wenn man möchte, aber auch eine enge Auslegung des 29 ZPO vertreten. Fassen wir also noch einmal zusammen. 29 ZPO gilt für Primärleistungsansprüche, Sekundäransprüche und nach herrschender Meinung für die meisten vertragsähnlichen Ansprüche wie die CIC. Im nächsten Schritt schauen wir uns an, wie der Erfüllungsort jeweils im Einzelfall zu bestimmen ist. Das Wichtigste zuerst. 29 ZPO kennt grundsätzlich keinen einheitlichen Erfüllungsort, der für alle Ansprüche aus einem Vertrag gleich ist. Stattdessen muss für die einzelnen Ansprüche individuell bestimmt werden, wo jeweils der materiell rechtliche Erfüllungsort liegt. Soweit es keine spezielleren Vorschriften gibt, richtet sich der Erfüllungsort nach 269 BGB. Machen wir also einen Ausflug ins allgemeine Schuldrecht. Wo liegt der Erfüllungsort gemäß 269 Absatz 1 BGB? Der Erfüllungsort wird auch Leistungsort genannt. Gemäß § 269 Absatz 1 muss der Schuldner die Leistung im Zweifel an seinem eigenen Sitz erbringen. Der Erfüllungsort liegt also am Sitz des Schuldners. Umstritten ist, wo gemäß 269 Absatz 1 BGB der Erfolgsort liegt. Darauf kommt es für unsere Zwecke, nämlich den Erfüllungsort zu bestimmen, aber nicht an. Bei einem normalen Kaufvertrag liegt der Erfüllungsort für den Anspruch auf Übergabe und Übereignung somit am Sitz des Verkäufers. Der Erfüllungsort für den Kaufpreisanspruch dagegen am Sitz des Käufers. Oder ergibt sich etwa aus 270 BGB für den Kaufpreisanspruch noch etwas anderes? Nein, § 270 BGB ändert am Erfüllungs- oder Leistungsort gar nichts, wie sich ausdrücklich aus Absatz 4 ergibt. 270 Absatz 1 betrifft den Erfolgsort, der uns gerade egal sein kann. Wenn ihr § 29 ZBO prüft, müsst ihr also nie ein Wort zu 270 BGB verlieren oder dürft höchstens schreiben, dass er für den Erfüllungsort ohne Belang ist. Damit sind wir mit den Primäransprüchen durch. Als nächstes wollen wir uns mit Sekundäransprüchen beschäftigen. Der Erfüllungsort eines Schadensersatzanspruchs folgt dem Erfüllungsort der Verpflichtung, die verletzt worden ist. Bei einem Anspruch auf Schadensersatz statt der Leistung aus 280 13 281 1 1 Alternative 1 BGB wegen Nichtleistung einer Kaufsache kommt es also auf den Erfüllungsort des Anspruchs aus 433 Absatz 1 BGB an. Beim kaufrechtlichen Nacherfüllungsanspruch und beim vertraglichen Rückabwicklungsanspruch werden die klassischen Streitstände zur Bestimmung des Erfüllungsorts relevant. Um hier nicht vollends ins materielle Recht abzudriften, verweisen wir dazu aber auf das Faust-Skript. Der Erfüllungsort von Schadensersatzansprüchen wegen Schutzpflichtverletzungen befindet sich nach herrschender Meinung am Erfüllungsort der jeweiligen Primärverpflichtung. Macht ein Käufer gegen eine Verkäuferin ein Anspruch aus CIC geltend, liegt der Erfüllungsort im Sinne des 29 ZPO, also auch für den CIC-Anspruch, am Sitz der Verkäuferin. Er folgt dem Erfüllungsort der Pflicht zur Übergabe und Übereignung der Kaufsache. Für diesen Gleichlauf spricht, dass es sonst zu einer Zersplitterung der Gerichtsstände kommen würde, wenn man etwa den Verhandlungsort für Ansprüche aus CIC heranzüge. Mit den verschiedenen Anspruchsarten sind wir somit durch. Hinweisen möchten wir aber noch auf eine Ausnahme. In Sonderfällen nimmt der BGH abweichend vom bisher Gesagten doch einen einheitlichen Erfüllungsort an, der sämtliche Ansprüche aus einem Vertrag umfasst. Voraussetzung ist, dass dies Ausdruck der Umstände des Falls und somit des mutmaßlichen Parteiwillens ist. Kommen euch bestimmte Vertragstypen in den Sinn, bei denen die Umstände des Einzelfalls für einen einheitlichen Erfüllungsort sprechen? Die Rechtsprechung nimmt einen einheitlichen Erfüllungsort bei Barkäufen, die sofort vollzogen werden, bei Bauwerkverträgen und bei Arbeitsverträgen an. Gemein haben diese Vertragstypen, dass das Vertragsgeschehen jeweils an einem bestimmten Ort zentriert ist. In der Klausur sollte man einen einheitlichen Erfüllungsort außerhalb dieser Fallgruppen eher ablehnen. Abschließend möchten wir noch auf § 29 Absatz 2 ZWO hinweisen. Dieser schränkt die prozessualen Rechtsfolgen einer Erfüllungsortvereinbarung ein. Eine Zuständigkeit wird dadurch nur für Kaufleute begründet. Diese Einschränkung beruht hier, wie auch bei Gerichtsstandsvereinbarungen, auf Schutzwürdigkeitserwägungen. Materiell-rechtliche Rechtsfolgen entfaltet § 29 Absatz 2 ZWO nicht. Eine Erfüllungsortsvereinbarung kann somit prozessual unbeachtlich, materiell-rechtlich aber wirksam sein. Fassen wir abschließend noch einmal unsere Erkenntnisse zu § 29 ZWO zusammen. Die Vorschrift gilt für vertragliche Primär- und Sekundäransprüche und zudem auch für vertragsähnliche Ansprüche, insbesondere solche aus CIC. Der Erfüllungsort ist nach § 269 BGB für jeden Anspruch einzeln zu bestimmen. Bei Schadensersatzansprüchen folgt der Erfüllungsort dem der zugrunde liegenden Leistungspflicht. Auch wenn eine Schutzpflicht verletzt ist, ist auf den Erfüllungsort der Leistungspflicht des jeweiligen Schuldners abzustellen. Das war's mit unserem Video. Vielen Dank fürs Zusehen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017